Was ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird? Selbst wenn es für diese Leute eventuell erlaubt ist oder wenn diese als erlaubt betrachten. Und alles was im Islam, also alles was verboten ist, da darfst du weder daran verdienen, das Verkaufen oder das Fördern. Der Anteil an der Sünde. Zum Beispiel der, der in der Metzgerei arbeitet und dort Schweinefleisch verkauft, der hat mehr Anteil an Sünde als der, der im Supermarkt verkauft, wo 90% der Artikel halal sind. Aber was ist die Lösung jetzt? Was macht es schwer für uns? Und ihr würdet jetzt gerne von mir hören, ach ja, ist doch alles schön und warum macht ihr es so schwer? Wir sagen nur, was der Islam sagt. Aber glaub mir, wenn du eine Arbeit lässt, weil da etwas drin ist, was Haram ist, vielleicht wirst du dadurch eine bessere Arbeit bekommen. Und außerdem müssen wir dadurch, ja genau, inshallah, vielleicht wird man dadurch auf eine Idee kommen. Ich sage euch, liebe Brüder, liebe Schwestern, denkt, macht euch Gedanken, was kann ich tun? Wie kann ich zum Beispiel etwas aufbauen, wo ich helfe, etwas aufzubauen, wo nur Halal-Dinge verkauft werden? Macht doch einen Halal-Supermarkt auf, die Muslime werden immer mehr. Und dann sollen die Muslime auch, selbst wenn es ein bisschen teuer ist, in den Supermärkten der Muslime kaufen gehen, weil die werden vielleicht von anderen Leuten boykottiert, damit die auch von dem Halal leben können. Und wenn ihr einkaufen geht, mit der Absicht, einem Muslim zu helfen, der von Halal leben will, dann kriegt ihr sogar noch Hassanet dafür. Deswegen, anstatt in billigeren Supermärkten zu kaufen, dann kauft doch mal bei eurem Bruder. Selbst wenn es nicht immer ist, aber immer öfter. Eben hat dein Bruder auch erzählt, ja, er hat einen Sandwichladen aufgemacht, weil er einen Bart hat, wo er dann sogar von Muslimen boykottiert. Wir sollen dann gerade bei ihm essen gehen, weil damit hilfst du ihm. Damit hilfst du ihm, auf Halal-Art Geld zu verdienen. Das heißt, wir müssen uns erstmal Gedanken machen, wie können wir etwas aufbauen, was Halal ist. Und deswegen, Islam ist nicht nur, ja, wir reden den ganzen Tag nur von Koran-Auswendiglernen, sondern es ist auch, dass man guckt, wie bei den Muslimen das Leben leicht macht. Islamische Kindergärten, islamische Schulen, macht euch Gedanken darüber, wie ihr das machen könnt. Kinder, Jugendliche, macht einen guten Abschluss. Vielleicht könnt ihr dann eine Firma aufbauen, wo auch Muslime auf Halal-Art und Weise arbeiten können. Das ist etwas, was wir tun müssen. Hier müssen wir uns Gedanken machen. Und also nochmal, macht euch Gedanken, wie ihr etwas aufbauen könnt. Und macht euch Gedanken, wo ihr einkaufen geht. Dass wir versuchen, öfter bei denjenigen einzukaufen, die auch wirklich von Halal leben. Wenn du zum Beispiel zwei Imbisse nebeneinander hast. Der eine Imbiss verkauft, Schweinefleisch und Alkohol. Da gehen also mehr Kunden hin, weil die auch Alkohol kaufen wollen. Der daneben ist von einem Bruder, der will unbedingt von Halal leben. Dann versuch ihn zu unterstützen. Anstatt bei dem einen zu kaufen, verkaufst du bei dem anderen. Und so können wir uns gegenseitig unterstützen. Und es gibt auch einen Hadith übrigens, der sagt, der Alkohol ist verflucht. Der, der ihn trinkt und der, der ihn bringt und der, der ihn verkauft. Der am Verkauf verdient, etc. Alles, was damit zu tun hat. Und das gilt, das wird nicht wortwörtlich für andere Dinge, für andere Dinge wie Schweinefleisch erwähnt. Aber die Regel ist, das, was verboten ist, zu essen, ist auch verboten, zu verkaufen. Weil wir glauben, dass Allah es verboten hat, weil es schädlich wird. Jetzt wird jemand sagen, ja, das sind ja nicht lustig. Mehr sollen wir auch nicht schaden. Ja? Okay. Bitte, Bruder. Ach, wie sieht es mit dem Kassierer aus? Ist dasselbe. Oder weil der hilft irgendwo damit. Und ich bin der Meinung, auf jeden Fall, dass das nicht erlaubt ist. Ich habe auch diesbezüglich schon mal eine Fatwa geholt, die da sehr streng aussah. Weil, wie gesagt, ich habe damals auch versucht, in einem bestimmten Geschäft zu arbeiten. Und da habe ich mir extra eine Fatwa für solche Sachen geholt. Und die haben ganz klar gesagt, nein. Bei dem Alkohol, wenn jemand mit mir auf die Tisch setzt, Alkohol trinkt, muss ich weggehen. Was ist mit Schweinefleisch? Wir bestellen Pizza, er ist Schweinefleisch? Es wird mit Sicherheit Gelehrte geben, die sagen, hier gibt es einen Kriess, einen Analogieschluss. Der Alkohol, es ist verboten, am Tisch zu sitzen, wo Alkohol getrunken wird, weil der Alkohol verboten ist. Und weil man vielleicht verführt wird, Alkohol zu trinken, etc. Und um den Alkohol zu boykottieren. Und dann wird er sagen, dann machen wir den Analogieschluss auch mit dem Schweinefleisch. Und es wird mit Sicherheit Gelehrte geben, die sagen, die Überlieferung, er wählt nur den Alkohol, er wählt nicht das Schweinefleisch. Deswegen sage ich dir, Bruder, Allah und allem, frag jemand anderen darüber. Aber Fakt ist, das sind so Situationen, mit denen wir oft Schwierigkeiten haben. Bitte, Bruder. Ich gehe jetzt bei Edeka, arbeite bei Edeka und die haben Alkohol im Handel, aber ich bin nur in der Gemüseabteilung. Das ist dann okay? Das ist egal. Wenn deine Arbeit sich nur um den Gemüsehandel dreht, ist kein Problem. Also wenn die Firma daran trotzdem verdient wird? Ja, weil die Firma verdient ja durch dich nur bei dem Gemüse. Ach so, okay. Und dafür kriegst du auch dein Geld. Das ist kein Problem. Und was ist eigentlich mit dem Leder da? Ich habe gehört, viele Sachen werden durch Schweineleder hergestellt. Wenn wir das anziehen, ist das auch herab. Schweineleder gilt als, gilt bei den allermeisten Gelehrten, gilt das als Nejes, Schweineleder. Aber, soweit ich weiß, Bruder, sind die meisten Leder nicht aus Schwein, weil Schwein schnell kaputt geht, sonst ist meistens aus Rindleder. Aber, aber Fakt ist, Fakt ist, die allermeisten Gelehrten sagen, Schweineleder gilt als unrein, Nejes. So, dann patsch ich mehr auf. Genau, das ist auch meine Meinung. Habe ich mir gedacht, dass du Schweineleder benutzen kannst. Kannst du auch mal ein Bruder? Bruder, ich würde sagen... Ich habe die Allermeisten, die hat Schweineleder.